Wie läuft die Sache mit Gerdog, dem Baumeister? Werkzeugbeschaffung für einen Grießgram. Verstehe. Denkt daran, wir brauchen den Mann. Was ergab die Suche nach dem Feldherren, um die ich dich gebeten hatte? Ich hab den richtigen Mann, aber ich muss noch eine Sache erledigen, dann ist er vermutlich an Bord. Dann hoffe ich, dass es nicht allzu schwierig wird. Viel Erfolg! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist doch nicht normal.